Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren schönen kleinen Folge Transport Fever. Ich hätte schon fast hier die Skylines wieder gesagt. Ja, wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ich habe schon über eine Woche nicht mehr aufgenommen. Bin irgendwie nicht dazu gekommen, hatte andere Sachen zu machen. Unter anderem dieses eine Weihnachts-Special-Projekt, wo man ja glaube ich auf meinem Kanal schon sieht. Läuft dort gerade. So, mach ich einfach mal Play. Oh, da ruckelt es schon. Genau. Und ich habe auch gesehen, in den Einstellungen vor diesem Spiel von Transport Fever, man hat bei der Grafikkarte etwas geändert. Und zwar hat man jetzt hingeschrieben, dass die Grafikkarte mindestens 4 GB haben sollte. Aber es geht eigentlich auch mit 2 GB. Wie man hier sieht, es läuft zwar ein bisschen rucklig, aber es geht mit 2 GB. 4 GB werden wahrscheinlich optimal, als wenn man mindestens 4 hätte, wäre es wahrscheinlich optimal. Aber... Es funktioniert. Ich muss mal kurz nachschauen. Da hat man gerade WhatsApp-Ding-Dong gehört. Ich muss mal kurz hier am Handy nachschauen und... ausmachen. Ach nee, ich mach kurz Flugzeug-Modus rein. So, dann stört mich gar nicht. Gar niemand mehr. Ach je. So. Na, kommt das Stückchen? Oh, da kommt der ja. Oh ja, putti, putti. Ich frage mich, ob der schon voll geladen ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ist der schon voll? Nee. Na? Aber hier war der voll. Da war der jetzt voll geladen. 56, kann einsteigen. Oh yeah. Der ist voll. So, die hier machen nicht zu dollen Gewinn. Aber immer noch ein bisschen was, oder? Ich schenke den... Ich schenke den Strecke einfach mal... Zwei Fahrzeuge. Ach genau, und das Blöde ist jetzt... Ähm... Ich hab mal nachgeschaut. Man kann nicht. Was ich extrem blöd finde. Man kann, glaube ich, nicht. Äh... Wir haben ja jetzt auch noch die amerikanischen Züge. Man kann, glaube ich, nicht. Hab wirklich mal nachgeschaut. Diese amerikanischen Züge abstellen. Es geht, glaube ich, nicht. Wenn es geht... Äh... Schreibt es bitte in die Kommentare. Oder aber... Ich muss da nochmal selber nachschauen. Und... Oder... Äh... Die Macher von Transportfieber nachfragen, wie man das machen kann. Oder mich so... Im Internet informieren. Drüber. Weil ich weiß wirklich nicht, wie man hier... Ähm... Dings machen kann. Äh... Die... Amerikanischen Züge aus. Ist halt jetzt ein bisschen blöd. Wenn es blöd läuft, muss ich halt nochmal anfangen. Ich habe ja jetzt das Bild vor meinen Augen hier. Ich kann ja davon einen Screenshot machen. Und dann baue ich halt im Offline-Modus das kurz nach. Und dann haben wir das wieder. Dö... 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 Ich weiß gar nicht, ob man eben diese Karte nochmal so generieren kann, wie die jetzt ist ohne alles. Wenn das geht, wäre das natürlich ideal. Dann könnte ich hier nochmal kurz das Zeug nachbauen und... Et voila! Alles ist wieder da. Aber ich warte jetzt erstmal und informiere mich noch beim Internet, wie das geht, ob das überhaupt geht. Wenn es geht, mache ich das. Wenn es nicht geht, ja, muss ich mal schauen. Lalalala! Aber vielleicht müsste das ja eigentlich gehen, weil Transport Fever... Weil ich glaube, dieses amerikanische Pack oder USA-Lokomotiven-Paket ist ja so ähnlich... Also verhält sich, glaube ich, so ähnlich wie so ein Mod. Werden halt nur die Züge hinzugefügt. Eventuell müsste es eigentlich funktionieren. So, ich verbinde aber mal kurz eine andere Stadt mit diesem Bahnhof. Und zwar die hier. Muss ich auch mal schauen, wovor bin ich das denn? Äh... Wohngebiete. Dann verbinde ich das doch gleich hier, aber dann mit zwei... Gleischen. Zwei Gleischen. Mache ich dann einfach mal so. Dies sieht passt auch voll. Düdödöd. Düdöd. Düdöd. Da, e voilà, jetzt haben wir noch mehr amerikanische. Ich muss aber auch sagen, die amerikanischen sind schon auch gut und so weiter. Aber ich würde doch lieber in diesem Let's Play hier Dings, europäische nehmen. Jetzt hängen die mir da im Bild. Äh, genau. So, dann mache ich einfach mal eine neue Linie. Von diesem Schmuggelchen nach hier. Von dem, äh, von dem kleinen Städtchen da. Äh, Zug, habe ich da noch was anderes hingeschrieben? Nein. Okay, Zug. Udestädt. Nach, ach genau, und ich habe ganz vergessen noch was zu sagen. Ähm, ich nehme gerade diese Folge an Heiligabend auf. Weil ich sonst nicht dazugekommen bin. Und ich werde auch gleich... Was? Forsthof. Forsthof. Ich werde auch gleich mal sagen, warum ich nicht dazugekommen bin. Äh, noch eine Folge aufzunehmen. Vorheiligabend. Und zwar... Ähm, habe ich mich ganz verzettelt. Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, ja... Dingsda, Dingsda, Dingsda. Ich habe halt nicht an Transportfieber gedacht. Nämlich die ganze Zeit an Dishonored 2. Um das aufzunehmen, dann... Habe ich vorhin nur entdeckt. Ach stimmt, ja, ich musste noch Transportfieber aufnehmen, weil Dishonored 2 habe ich auch noch nicht aufgenommen. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal mir gesagt, ich nehme jetzt, ähm, Transportfieber auf. Danach nehme ich mir... Danach nehme ich Dishonored 2 auf. Und dann... Habe ich die zwei Sachen aufgenommen. Und... Muss die dann nicht mehr aufnehmen. Heute. Später. Oder nachher die Abend. Also dann nachher die Abend schon wieder. Aber ich meine halt... Dass dann auch noch eine Folge kommt. Sonst wäre es ja blöd. Bus. So, vielleicht geht es ja irgendwie. Ich pausiere mal kurz die Zeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bus Forsthof. Tja, und jetzt fehlt er noch dazu. Lalalala. So, und das ist halt jetzt wirklich... Naja. Ich lasse es so, dann passt es eigentlich auch. Aber ich mache noch eines hin und zwar... Hier, glaube ich. Genau. Und zwar das hier als Wegweiser. Nur mal gelb. Hier zufügen. Ein Wegweiser. Dass der Zug weiß. Aha, aha, aha. Da muss ich entlangfahren. Aber ich finde irgendwie... Ich glaube, das Spiel ist doch schon flüssiger. Also die haben ja Performance Patch Update rausgeschmissen. Und eigentlich müsste es jetzt flüssiger laufen. Ja. Läuft, läuft, flüssiger. 388.000 Und dann mache ich mal Wagen. Tutsch, tutsch, tutsch. Nein. Tất, tüt, 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 tüt. Lalalala. Gelb. Nur sie sparen Auf geht's Zügelchen Aber es sieht schon cool aus Hä, wo fährt denn die jetzt lang? Die soll doch hier runterfahren Wenigstens hat sie schon mal 50 von 70 dabei Hä Die soll Ich glaub die ist kaputt Ja wie Kein Weg Aber da ist doch ein Weg Hier kann sie doch wunderbar Aber die fährt Immer da rein Warum? Warum? Sind die Schienen nicht richtig verbunden? Aber wenn die Schienen nicht richtig verbunden wären Dann Ich hasse sowas Schrecklich Und jetzt Kein Weg Und? Ja Kein Weg Und warum hat die keinen Weg? Ich sag jetzt dazu Muss die Wow Also das freut mich jetzt wirklich Dass ich die Lok hier Dass ich die Lok hier 50 mal auf Kurz in die Lok rein Und schau mal Wie der Weg so aussieht Finde ich natürlich cool gemacht Dass man das machen kann Wie der Weg aussieht Wenn man jetzt rüber fährt Ah Und da ist schon die Stadt Geht eigentlich doch ziemlich schnell Vielleicht Vielleicht warten da schon Leute Nach einem 80. Versuch Kann man nicht wissen Und Tatsächlich Da warten schon welche Aber das finde ich wirklich immer so nervig Wenn man jetzt in der Kamerasicht war Und dann springt man da raus Und dann sind alle Dinger hier in der Mitte verteilt Wenn man jetzt hier überall welche auf hat Sind alle in der Mitte Muss man alle neu verteilen Das ist dann doch auch ein bisschen unpraktisch So Da warten schon welche auf Forsthof Aber keine mehr nach drüben Haben wir alle vergrault Hm Ich glaube Wir haben es mal wieder geschafft Hier die Karte kaputt zu machen Deswegen werde ich wahrscheinlich doch Schauen dass ich diese Karte noch mehr bekomme Dann werde ich alles nachbauen Und dann wird man auch wieder glaube ich ein Plus sein Weil ich Schauen werde dass wir nicht im Minus sein werden Ach je Ist das hier ein tolles Spiel Also es ist wirklich toll und so weiter Aber wenn man es halt nicht blickt und so weiter Wenn man Fünfmal den gleichen Fehler macht Dann hat man schon Ah Die Quillung dafür bekommen Und deswegen würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Transport Fever Wo ich Vielleicht Also wo vielleicht Alles wieder so funktioniert Ohne Diesen amerikanischen Lokomotiven Und Wo wir halt wieder im Plus wären Oder so Das sehen wir dann Danke fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge Von Transport Fever Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal b Nós Und uns Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.